Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Cedric und ja, ich hoffe ihr habt abonniert und geliked. Und ich will heute mal wieder eine neue Reihe anfangen bei Discord, deswegen ist mein Name auch SoGeDiscord und ja. Ja, ich zeige euch nämlich heute ein paar Secrets und Verstecke, die ich in die Discord-Zor von The Clone Warfare 100 eingebaut habe. Natürlich nur zum Notfall oder auch zu anderen Dingen. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Und zwar wenn ihr bei Eingangshalle denn geht und nach ganz oben, sehen wir ja, ähm, hab ich da erstmal was reingeschrieben und dann, ähm, halt Mi6, den Bordseite glaube ich jeder kennt. Und ja, ich werde auch gleich, ähm, also bald noch ein Video drüber machen, ähm, was den so besonders macht. Ähm, und ja. Ihr seht, ich habe jetzt, äh, als Rolle, äh, nur Ersteller vom Discord-Server und, äh, Leitung. Ähm, und jetzt nehme ich, äh, also, mache ich jetzt auch mal so reagieren drauf und sage dann, ah, nee, gut, äh, das mal wieder und ich hab's. Das ist der beste Name. Die Hintertürfärmdise, nicht lösen. Das, äh, das ist ein sehr klären Liebername und, ähm, ja. Ihr könnt gerne auf diesen Discord-Server draufkommen und zwar, ähm, teile ich mir mit, äh, TheClawWorker100, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Äh, den werde ich, ähm, auch wahrscheinlich in der, äh, im Abspann, äh, reinpacken. Ähm, und der Discord-Server, den kann ich leider nicht in den Abspann reinpacken, aber könnt ihr gerne, äh, ähm, unter dem Video, wenn es da nicht steht, äh, auf der Kanal-Info, äh, könnt ihr dies sehen. Und da ich jetzt kein 2-Minuten-Video hochladen will, zeige ich euch, ähm, oder halt, ja, ähm, zeige ich euch mal die Regeln. Und, ja, ein genaues Video, ähm, werde ich auch noch machen zu den Servern, was da für Regeln sind und so weiter und so fort. Aber so ein kleiner Crashkurs kann nicht schaden. Und, ähm, obwohl, soll ich das nächste Video machen? Schreibt mal in die Kommentare, ob ich einen Crashkurs auch machen soll, weil sonst lasse ich das jetzt sind. Und zwar, ja, äh, das war die erste Hintertür, ähm, auf dem Server hier gibt es auch, ähm, den, wie heißt der, Zuckergamer. Ähm, der hat auch einen Discord-Server, den könnt ihr auch gerne vorbeikommen, der heißt Game... Warte, ich schau mal kurz noch. Gamecube 3 in 3, äh, 33. Und da könnt ihr sehr gerne auch mal vorbeischauen und, äh, will mich auch sehr und ihm wahrscheinlich auch sehr freuen, wenn ihr dort mal vorbeischaut. Und, ja, ciao, ciao, ähm, euer, so geht YouTube, äh, YouTube, genau, Discord und ich bin euer komplette Marsch. Und, ciao, ciao, wir sehen uns denn beim nächsten Video.